und einfach mal okay da ist der nächste boss und ich habe gerade schaden naja wir hatten eben auch einfach neue gebiete bei grüßt Digga Sonst geht's noch, oder? Das wird ein längerer Kampf, das frage ich mich gerade auch. Ich frage mich, ob das eine Schwachstelle ist. Ja, ich bin tot, oder? Nein, ich lebe noch. Das soll ich noch vollkommen unterlevelt hier werden? Hä? Oh, wow! Okay, doch, wenn ich ihn immer weiter hinten in die Hacke reinhaue, fällt er um. Oh, okay. Nein! Ich habe ihn zu Fall gebracht und er hat mich... Oh! Hey! Psst! Er hat da ein Vöglein gezwitschert. Du hast doch kein Abo da gelassen. Schnell! Hol's schnell nach! Kriegt keiner mit! Bei mir war halt der erste war aus einer Neverending Challenge die Bestrafung. Und so habe ich das Ganze halt auch angegangen als Bestrafung. Und das war halt mein großer Fehler. Und deswegen konnte ich mich am Anfang nicht darauf einlassen. Ich habe dann irgendwann tatsächlich das Spiel abgebrochen. Und eine lange Zeit später dann weitergemacht. Und da konnte ich mich... Da habe ich dann halt... Huch! Den richtigen Ansatz gefunden. Zwei Hits, komm. Zwei Hits reichen aus. Oh! Huh! Das war knapp! Ach, schade. Oh! Hey! Oh! Ich sagte, zwei jetzt reichen, aber zwar mache ich jetzt wieder mehr. Das ist okay. Ich denke, dein Schild. Wow. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er jetzt nach hinten springt. Alter, ich habe nur zweimal gedrückt. Warum schlägst du dreimal? Kannst du nicht zählen? Oh, fuck. Das ist doch dumm. Sollten vielleicht auch mal hier gerade ein bisschen weglocken. Ja, ich bin manchmal sehr greedy. Okay. Das war gut gemacht. So. Ja. Ich weiß halt nicht, ob es wichtig ist, welches Bein ich von ihm die ganze Zeit verletze, bis er fällt. Ob ich beide auf eine gewisse Weise runterprügeln muss. Ich dachte gerade, er fällt auf mich drauf. Nein, 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 weg. Genau. Wenn ich da drunter bin, macht er nämlich das. Das ist okay. Das ist okay. Das ist okay. Hebe dein Schild. Dankeschön. Wow. Alter. Scheiße. Ich kann nicht weg. Das ist okay. Das ist okay. Scheiß drauf, wie viel Heilung das ist. Nein, nein, nein. Lass mich weg hier. Wuh. Holy macaroni. Okay. Komm. Danke schön. Ja, er fällt. Er fällt, er fällt, er fällt. Was ist denn? Na komm, flack zu. Hä? Der hat doch nichts mehr. Ja. Ich wollte schon sagen. Ich hab ihn. Ich dachte gerade schon, wo der wieder aufsteht. Oh. Danke. 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 Danke.